Ich kann es ersetzen, wenn man nur einen Mann mit der Orgelbezahlte hat. Wir haben die Orgelbezahlte bei unseren Anleitungen, der Anleitungen standen, 85.000 Euro ab. Das ist die Anleitungen von Siemens, die Standartprogramme, die heute Standartteilung ein. Ich denke, es wird nur das, dass der Firma Siemens, der war, das ist ein Trauer, wie wir hier aus gestern in Orgel. Die Orgelbezahlung von der Firma Wurdexer, das war eine Firma Wurdexer, die aus Sachsen ausgewandert wurde. Das war eine schöne Hänge, die wir abzettet haben. Das ist ein Trauer, das ist ein Trauer, das ist ein Trauer, das ist ein Trauer. Wir haben eine gute Zeit, die wir haben natürlich durch die Orgel der Welt gebaut. Zwischen 1910 und 1933 und dann 2032 von diesen Instrumenten gebaut, die immer noch einen Trauer und Preisen, das war keiner, aber manche kommen auch die gleichen größeren als die größeren Situation. Oder diesmal sind die größere Situationen? So als Stadien vorführende, auf dem Markt waren es sich immer trotzdem gleich die Glamotten. Also ein Verkaufslager, ein Markt, ein Verkaufsbarn, ein Schusskonferenz, die in einem Markt hergestellt werden, dass man am Ruhig für das mit Festplattenkasten oder CDs geschützt hat. Die Firma Rolitz war auch nicht mehr in der Rolaine gestartet, sondern in Westfalen und in Hamburg seit 1960. Dort sind auch nicht mehr in der Mieterbesitz, sondern in der großen Firma Tipsen. Die Firma Rolitz war nicht mehr in der Rolaine gestartet, sondern in der Rolaine gestartet. Die Firma Rolitz war nicht mehr in der Rolaine gestartet, sondern in der Rolaine gestartet. Die Firma Rolitz war nicht mehr in der Rolaine gestartet, sondern in der Rolaine gestartet.